Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen BBQ. Heute gibt es was cooles, und zwar den hier, Burgerauflauf, beziehungsweise ein Pulled Beef Burger Auflauf. Und wie man den macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für unseren Pulled Beef Burger Auflauf, was für ein schwieriges Wort, brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar als erstes brauchen wir hier so eine Auflaufform mit Burgern. Und zwar, das ist klassisch die jetzt vom schwedischen Möbelhaus. Da passen nicht nur zwölf Burger drin, wenn ihr kleinere Auflaufform habt, entsprechend weniger Burger. Dann haben wir hier einen großen Berg mit Bacon. Wie viel Bacon? Was sagt du mir? Zwei Packungen. Drei Packungen, ne? Zwei, drei Packungen Bacon. Ich habe hier eine große Handvoll Tortilla Chips. Dann sind da 600 Gramm Gratinierkäse. Dann eine gute Handvoll Jalapenos. 100 Milliliter Barbecue-Soße. Dann 250 Milliliter, oder ich glaube, 200 Milliliter sind es in dem Fall passierte Tomaten. Ich habe hier acht Zwiebeln, kleine Schlitten angebraten. Und hier ungefähr ein Kilo Pulled Pork. Dann habe ich hier noch so einen Holztöffel rumliegen. Und wie immer, immer wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Ja, das Pulled Pork, was ich gerade erwähnt habe, ist in Wirklichkeit natürlich Pulled Beef. Das geht jetzt hier auf dem Seitenkocher und da kämpfen wir gleich was dazu. Und zwar, wer hätte es erwartet, unsere passierten Tomaten und unsere Barbecue-Soße. Und rüber jetzt durch und erwärmen das mal. Also nicht aufkochen lassen, sondern nur erwärmen, dass sich das alles schön miteinander verbindet. Und so ein schönes Schlonz, die Masse, ich zeige euch das gleich mal. Jetzt ist es dann soweit. Eingeschlonzt, so muss es sein. Und rechtensvoll kommen und dann liegt es direkt schon an unsere Firmen. Ja, ich habe in Reiser Voraussicht schon mal halbiert die Burger. Und jetzt tun wir auf jeden Burger so einen schönen Klacks von unserer, von unserem Pulled Beef. Bis wir nichts mehr haben. Also muss man so ein bisschen aufteilen. Pulled Beef ist gleichmäßig verteilt. Und als nächstes kommen die Zwiebeln, hier haben wir schon mal angebraten, oben drauf. Sieht schon mal ein Day los, oder? Ein bisschen wahr. Ja, sehr sogar. Dann kommen darauf, verteilen wir jetzt die Jalapeños schön gleichmäßig wieder. Also ich glaube, das Spiel ist jetzt ungefähr klar. Dann kommt auf jeden so ein bisschen Käse rauf. Also ich habe jetzt hier so gratiniert Käse. Wenn ihr jetzt Feingäster seid, dann macht ihr das eh nie nach. Aber dann würdet ihr wahrscheinlich nur einen edleren Käse nehmen. Aber unter uns, jetzt ist er Kalorienbollerei hier. Das ist nicht viel Feingeschmack, sondern einfach nur das ist richtig schön, richtig abgeht. Also eher so für Party und so. Und da ist es überhaupt absolut in Ordnung. Da sagt meine Frau, ich habe den Bacon vergessen. Wie könnte ich? Ich habe den Bacon vergessen. Ich habe den Bacon vergessen. Der ist schön Bacon oben drauf verfehlt. Der ist jetzt auch nicht groß gebraten, sondern der ist so ein bisschen neu so. Also immer angebraten, dass er so ein bisschen Farbe bekommen hat. Dann nochmal den Juden Käse. Jetzt soll er ja nachher nochmal draußen rufen und durch die schönen Fäden ziehen. Und da hilft viel, viel. Also 600 Gramm Käse, das ist bei 12 Burger und 50 Gramm Käse. Ich würde sagen, das ist nicht zu wenig. Der klebt uns daher alles schön zusammen. Jetzt kommen unsere Deckelchen drauf. Ein bisschen festdrücken. Da sieht man schon langsam, wie der so auflaufartig doch nachher werden wird. Und weil er so schön ist, machen wir da jetzt überall nochmal Käse auf. So, den Gaskel habe ich jetzt ungefähr 200 Grad vorgeheizt. Also alle zwischen 200 und 220 Grad ist richtig. Dann stellen wir den jetzt rein. Wir haben jetzt praktisch einen rechten Brenner und einen linken Brenner an. Und lassen wir jetzt für ungefähr eine halbe Stunde hier drin in Ruhe. Ja, jetzt fängt nach ungefähr 5 Minuten an der Käse zu schmelzen. Jetzt sehen wir hier unsere Papier-Schips. Verbröseln in der Hand. Und dann sollten wir jetzt schon aufmachen, dass sie jetzt praktisch oben auf unseren Käse hoch hält. Weil ihr bildet nachher so eine Haut. Und dann halten die da nicht mehr drauf. Dann liegen die halt so sinnlos da oben drauf rum. So, da sind sie fertig. Und wir nehmen sie jetzt runter. Nehmen wir mal ihn hier raus. Aber das machen wir mal ohne Ton einfach nur in diesen. Ja, normal ist man so ein Auflauf mit Messer und Gabel. Ich nicht. Ich esse den in der Hand. Geil, Alter, weil ich mag Pult-Beef, Zwiebeln. Dann nimmt er aber wieder den Mond zu früh. Alter, so geil. Pult-Beef, Jalapeños, Bacon, Zwiebeln, Barbecue-Soße, viel Käse und nochmal Käse. Und wenn man denkt, kommt nicht mehr, kommt nochmal Käse. Richtig, richtig geile Nummer. Ich kann euch nur raten, macht ihr mal nach, wenn ihr so Pult-Beef oder Pult-Pork übrig habt. Lerneffekt daraus, es gibt nicht zu viel Käse. Also den 600 Gramm, den gut 800 hätten sie auch getan. Aber wenn ich Spaß hatte an dem Video, man ist der scharf. Räume wieder Daumen nach oben. Über den ehen oder anderen wohlwollende Kommentar unter den Abo. Entweder hier bei Klaus Grill oder auf einem Zeitkanal bei einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Fein-Screen-Barbecue. Macht's gut. Okay. Bis zum nächsten Mal.